jo und damit herzlich willkommen zu einer kleinen runde minecraft am montag wir streamen heute mal eine gute stunde anderthalb mal ein bisschen schauen was wir heute noch schönes anstellen können und ja erst mal einen kleinen überblick verschaffen was habe ich beziehungsweise haben wir so in der letzten zeit gemacht gerade im letzten stream ja wir haben sich trillionen schafe wir haben glaube ich hier die wegbegrenzung gemacht die hütte haben wir so weit glaube ich fertig gemacht wenn ich mich da recht entsinne ja genau die war fertig ich wusste jetzt nicht ob hier da auch das dach fertig war aber das war auch durch und ja stimmt wir müssen die glaube ich noch einen versetzen ich glaube das war das problem was wir noch hatten dann muss nur ein stück weiter hinten dann wird aber im endeffekt jetzt hier alles das ist doof das ist das ist ziemlich doof ja gut wir schauen mal ob wir das heute machen oder ja eigentlich müssen wir das heute machen weil die muss muss glaube ich nur eigentlich ein weiter nach da weil ganz ehrlich das wäre glaube ich moment ich sehe da mal gerade da fehlt ja sogar noch wenn es da fehlen ja sogar noch und einmal habe ich denn habe ich denn hier noch eine axt ja habe ich wieso ist mein inventar nicht so durcheinander zack und hier auch noch mal was hin moin red hat lp dankeschön so habe ich noch glas ich meinte dass ich noch glas in der tour da hinten habe ich muss jetzt wieder umgewöhnen ich habe jetzt gerade erst noch call of duty aufgenommen und da sprinten natürlich nicht auf der steuerungstaste glas 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 wo ist mein glas verdammte axt ich hatte doch noch glas glas hier brot sind gerade noch ein paar steine auch noch steine drinnen halt was habe ich hier nein 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 habe ich echt kein glas mehr ich war da fest und überzeugen dass wir noch glas hatten ein wir hatten aber zumindest was ist zwar nur ein aber wir hatten was da müssen uns gerade mal ein bisschen sand besorgen eine schaufel dabei na die ist aber auch fast im arsch aber wir haben ja ein bisschen sand von daher das können wir mitnehmen hier so na komm her auch mit dir mein freund moin der kommentierende kommentator von dir habe ich gerade eben auch noch einen kommentar unter dem video gesehen habe ich mir gedacht aber wohl vorbeischaut so zack das ist auch durch dann haben wir noch den sand rein schnell ein bisschen glas machen hier vier stück brauche ich einen habe ich ja noch hier ok geisterholz gibt holzkohle ja super dann haben wir noch beiden holz nasser schwamm gibt einen trockenen schwamm ach wie logisch so zack dann können wir jetzt erstmal schnell wieder rüber rennen hier nach mehr nach mehr ach das freut mich ich habe ich auch schon öfters unter videos von mir gesehen so siehst du das ist jetzt auch durch na komm geh rein ja die schafe können wir gleich noch scheren aber ich meine schere habe ich eh dabei super dann wahrscheinlich ne das grünzwerg wächst gerade noch und ich möchte vielleicht auch mal ein paar kühe haben ich glaube einfach mal ganz cool kühe oder schweine oder irgendwie so ein krams noch kann ich pennen ich bin grundsätzlich immer zu früh hier oben komm nun jetzt geht's so so dafür bevor ich jetzt aber erst neue viecher baue was machst du denn hier so mit du gehörst da doch gar nicht hin bevor ich mir jetzt hier neue viecher besorge sollte ich vielleicht auch erstmal ein neues gutter bauen ich meine ich hatte unten im lager noch zäune und was haben wir denn da drinnen naja auf jeden fall genug halt haben wir noch ein tor das sieht mal aus wie ein tor nochmal mit ein tor reicht brauchen wir nur eins sondern wir schauen wo wir das ding hin bauen also hier will ich auf jeden fall noch eine straße wobei hier könnten wir eigentlich wie breit habe ich das gemacht 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ich könnte natürlich auch hier neben bauen aber dann muss ich den ganzen kram ja noch wieder abholzen alter wie viele schafe sind das mittlerweile äh die frage kann ich dir ganz einfach beantworten readydlp und zwar ich bin erst vor ich glaube jetzt knapp drei wochen angefangen mit minecraft hab eigentlich so gut wie immer noch ja die basics kann ich so mittlerweile aber dann hört es auch auf mehr als basics ist bei mir aktuell nicht drinnen und ja deswegen heißt es bei mir planlos durch minecraft ich kannte zwar minecraft vorher hab mich aber eigentlich immer gesträubt äh minecraft zu spielen und hab mir das dann mal nur angeschaut und ja hab dann doch Spaß dran gefunden und ja hier bin ich ne jetzt spiele ich halt ein bisschen öfters minecraft muss ja auch zugeben es macht ja auch Spaß es ist ja nicht so dass es keinen Spaß macht ah 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 hab ich Stöcker hab ich keine Stöcker mehr dann mal hier nehmen wir mal grad Eisenbarren raus doch hab ich ich brauche nämlich noch ein bisschen schaufeln weil ich glaube ich baue das doch neben das Schafsgehege Quatsch so machen wir zwei zwei sollten reichen äh ich habe auch glaube ich nur noch eine Axt hier ne dann machen wir gleich mal eine neue Axt beziehungsweise machen wir auch gleich zwei zack zack und ich wollte eigentlich ich hatte hier noch Stöcker gehabt ich wollte eigentlich ja bereits im Offscreen weitermachen äh leider war ich am Wochenende nicht da deswegen auch ganz kurzfristig heute der Stream und nicht wie sonst am Freitag und am Sonntag Dankeschön Red Hat ja gut ich muss auch sagen ich habe sonst auch immer jemanden hier bei äh der ist eigentlich bis jetzt auf fast jedem Stream dabei gewesen äh der gibt mir grundsätzlich viele viele Tipps weil darauf bin ich angewiesen weil ohne Tipps komme ich hier überhaupt nicht voran toll da ist natürlich die Schippe schon im Arsch na komm her wie viel brauche ich denn überhaupt ähm neun hatte ich glaube ich ne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 neune einen freilassen im Fall habe ich da freigelassen ich glaube auch nur einen ne ja das heißt einen freilassen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bis dahin höre ich den scheiß Baum auch noch weg machen hier so machen wir den aber auch gleich weg ja aber klar dass das wieder nicht reicht ey so der Baum geht auch weg und bis hierhin muss ich abbauen mindestens die Frage ob das überhaupt so groß muss für ein paar Gockels wie gesagt heute mache ich aber nicht allzu lange war normal also bin ich montags eigentlich abends immer weg nur heute mal nicht doch mal habe ich mir gesagt spiele ich mal ne kleine Runde aber ich denke wir werden so bis halb 8 oder so werden wir wohl schon hier was erledigen und dann geht es natürlich wie gewohnt am Mittwoch weiter ja könnte mal ruhig sein ey ihr geht mir auf den Nerv wisst ihr das öh du Schafe ey äh Spitzhacke Spitzhacke dich brauche ich gerade nicht ja gut also Minecraft auf dem Handy spielen stelle ich mir dann doch ein bisschen ja kompliziert vor beziehungsweise nicht kompliziert aber anstrengender als am PC genauso wie auf der Konsole ich kenne jetzt auch gar nicht großartige Unterschiede zwischen der Pocket Edition und dem ganz normalen Minecraft wird wahrscheinlich auch eine abgespeckte Variante sein oder so wie weit muss ich denn bis hier muss ich auf jeden Fall also noch ein weiter mindestens zumindest haben wir jetzt wieder genug Steine so dann gehe ich hier wahrscheinlich langsam nach oben so so jetzt noch die Erde wegreißen hier oh die Sonne blendet ein klein wenig ey warte mal ich mach doch mal lieber so ich kann ja auch fast den kompletten Hügelplatte reißen ey zack ich glaube das war glaube ich sogar mal vor ein paar Wochen mein Plan den Hügel hier komplett weg zu bimsen na warte mal dann machen wir das hier auch ein bisschen flacher ich glaube so geht das so von der Steigung her kann ich noch ein bisschen schön machen später ach man einfach mal ab und zu nervt das jetzt automatisch springen ab und zu nervt das blöde Schöpfe wieder kaputt ey so mal schauen das Löfflein lass ich mal gerade kann ich hier aber schon mal den Zaun lang packen bevor es euch schon wieder dunkel wird bis da warte mal wieviel habe ich gemacht 1 2 3 1 2 warte wieviel habe ich jetzt 1 2 3 4 hier kommt das Tor hin 1 2 3 na na so 4 hier das Törchen der Sonne ist auch gleich weg das heißt ich kann schon wieder langsam in die Koje flitzen hier na hoch mit dir mein Freund ich glaube es geht erst sobald ich die Sterne da hinten sehe ne ja ja genau da habe ich jetzt zumindest mal einen Orientierungspunkt so ach ihr blöden Schafe ey ta hin die ste Ich muss doch noch mehr Erde haben hier, das kann doch nicht alles gewesen sein. Nein. So, das Ding ist auch schon mal dicht. Warte mal, dann kann ich auch gleich hier den Bruchstein hinlegen. Bruchstein. So, haben wir hier den Gang auch schon mal durch. So, das macht natürlich das da hinten auch anders. Das gefällt mir überhaupt nicht, das ist ein bisschen zu... Ja, wie gesagt, gefällt mir nicht, das muss anders. Weil Erde, wie gesagt, habe ich genug? Nein. Nein. Ich weiß nicht, wie weit wollte ich den denn über weg machen. Da habe ich gerade mal gar keinen Plan mehr drüber. Ja. 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 Nein, da steht doch noch ein Baum, der muss natürlich auch weg. Dann reicht das natürlich jetzt hier wieder nicht. So, jetzt aber. Heute ist natürlich erst mal wieder ein bisschen Fleißarbeit angesagt. Hier ist mir doch, glaube ich, letztens der Creeper explodiert, oder? Ja. Ich meine, das war hier. Hier. Ja. So. Da schwebt noch ein Baum. Moin Niklas, auch wieder dabei. Oh, ich sehe da Kohle, die nehme ich noch mal gerade mit. Machen wir nämlich hier mal gerade eben die Steine ab und wir setzen das Ganze gleich mal eben durch ein bisschen Erde. Steine gibt es ja wie Sand am Meer, Erde ja eher nicht, ne genau andersrum. So. 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 Ich muss noch ein bisschen nach da. Also normalerweise streame ich grundsätzlich mittwochs und freitags. Mittwochs meistens so ab 17.30 Uhr, beziehungsweise 18 Uhr, sowie freitags auch so um 17, 17.30 Uhr und hin und wieder dann auch nochmal sonntags, aber ich hatte es zu Anfang schon mal erwähnt, weil ich am Wochenende keine Zeit hatte, bin ich halt nicht zum Streamen gekommen und deswegen streame ich heute. Wobei ich streame auch mal so, wenn die Zeit es zulässt bei mir. Aber wie gesagt, feste Uhrzeiten eigentlich immer mittwochs, freitags und eigentlich zu 99% auch sonntags. Wollen wir noch eine Spitzhacke? Naja, natürlich nicht. Echt keine Schaufel? Steinhacke? Eisenhacke? Toll, na gut, dann sammeln wir den Scheiß mal schnell ein hier. Zack, dann nehmen wir noch mit. Den Scheiß nehmen wir noch mit hier. Gerne geschehen. So, warte mal, den Scheiß bringen wir mal gerade nach unten. Ah, wo habe ich es hingelegt? Da habe ich es, glaube ich, irgendwo hingelegt, ne? Brauche ich meine Bruchsteine da. Bruchstein. Zack, zack. Noch mehr, naja, das kann man auch mit einbunkern, das kann man auch mit einbunkern. Ja, da brauche ich noch. So, der ist voll. Und dann haben wir noch das, ich glaube, das war irgendwo da. Das war hier. Oh, ich habe noch ein bisschen Kohle dabei. So, Fichtenholz hatten wir da irgendwo. Ah, ich habe auch schon wieder aufgebraucht, okay, dann war das da. Hier ist nur Erde drin, Stoff, hier ist noch ein bisschen Kohle drin. Okay, hier haben wir noch 5 Glas. Kann hier noch, ah, nee, das war Holzkohle, ne? Kommt die Dame zu? Ne, Schwazern. Das war Schwazern, das ist ja so. Zack. Dann können die Ziegel nämlich auch unten rein, die brauchen wir nachher wieder. Ziegel hatte ich da. Oh, der ist voll. Komm ja, Glas packe ich mal gerade hier einfach da mit rein. Und wir können auch direkt einfach nach oben, können auch direkt wieder pennen. Und wir können jetzt auch in. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020